Bei mir sah es richtig scheiße aus. Ja, 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 was geht euch denn? Ne, lebt die Vlog? Ja, wie geht's euch auf? Alles cool. Äh, yo, ähm, heute ist mein letzter Urlaubstag. Morgen geht's wieder in die Arbeit. Und, äh, was hab ich heute noch gemacht? Eigentlich nicht viel, sondern ich hab ein Zimmer aufgeräumt. Wahrscheinlich ein Fremdwort für euch, aber ich muss das mal tun, weil bei mir sah es richtig scheiße aus. So wie bei BA sah es bei mir auch scheiße aus. Deswegen hab ich hier oben meine Festplatten entsprechend hier so provisorisch, ja, sortiert. Staub abgewischt und entsprechend die ganzen Dinger jetzt dorthin geschoben. Hier ist immer noch leicht Chaos, noch leicht, aber wird auch wieder weggehen. Spätestens wenn ich ausziehen werde, werde ich halt wirklich extra von meinen Caps eine Gagal bauen. Sieht immer noch unordentlich aus, aber nicht mehr so wie vorhin. Und dann hier entsprechend okay, da oben ist auch immer noch Chaos. Und, äh, ja. Eigentlich hab ich viel, äh, Staub abgewischt. Und sonst ist eigentlich heute nicht viel passiert. Ich hab mich wirklich hauptsächlich damit beschäftigt. Ich muss noch, äh, Steuererklärung und alles noch machen. Kameras entsprechend einräumen und, und das neue Video für Freitag steigen. Nichts Spannendes, aber solche Tage gibt's auch. Und ich würde mal sagen, habt ihr euer Zimmer schon aufgeräumt? Wenn nein, schreibt es mal in den Kommentaren, warum nicht? Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. In alter Frische. Aufs Reine und ciao. Aufs Reine und ciao.